Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penread Music und heute geht es um das neue Album von 100 Gags, 10.000 Gags. Ich kann euch versprechen, es wird in diesem Jahr nicht mehr weirder werden. Das US-amerikanische Duo 100 Gags ist wieder da, hält sich an absolut keine Vorgaben, macht einfach das, worauf sie Bock haben. Es ist schon sehr bemerkenswert gewesen, wieder einmal, wenn man sich diese Band anhört. Das klingt schlussendlich für mich einfach nur extrem geil. Man muss aber dazu sagen, diese Band ist sicherlich nicht für jedermann, jeder Frau irgendetwas, weil man sagen muss, man muss sich schon verabschieden von gewöhnlichen Klangmustern, würde ich jetzt einmal behaupten. Man muss sich darauf einstellen, dass das Unerwartete jederzeit passieren kann und ein bisschen, sagen wir mal, sich öffnen für diverse andere Klänge, die man so vielleicht nicht erwarten würde. Ein Leben als Internet-Sensation kann ziemlich stressig sein. Das sehen wir häufig, das hören wir häufig, außer man hört eben auf den Namen von 100 Gags und lässt sich auch davon nicht beeinflussen, dass ihre Songs extrem häufig auf TikTok und anderen Social Media Netzwerken komplett abgefeiert werden. Dylan Brady und Laura Less bilden dieses 100 Gags-Duo, das schon im Jahr 2015 gestartet ist. Ein gemeinsames Projekt, sie kennen sich aus der Highschool und sie haben ihre erste EP schon 2016 veröffentlicht unter dem Namen 100 Gags. Ja, wie dieser Bandname zustande gekommen ist, darüber ranken sich einige Mythen. Man weiß es nie so genau. Dylan erzählt auch immer wieder andere Geschichten, ist aber auch vollkommen egal. 2019 kam das Debüt raus, 1000 Gags, das war ein absoluter Burner, ein absoluter Banger, hat so ziemlich alles gesprengt. Alle Reviews waren extrem positiv, alle Kritiker waren extrem gehypt, weil einfach diese bedingungslose Weirdness, die hier auf diesem Album präsentiert wurde, einfach komplett gefeiert wurde. Mehr oder weniger haben die beiden ein neues Genre für sich kreiert, dass nicht einmal ein Label, einen Namen geben kann. Es ist einfach alles sehr eigen gewesen. 100 Gags sind dann in weiterer Folge mit Brockhampton unter anderem auf Tour gegangen, haben wirklich extrem großen Erfolg gehabt, haben ihr eigenes Album dann geremixt, weil warum auch nicht? Und sie haben sich dann wirklich einen Namen in dieser Szene gemacht. Aber von welcher Szene reden wir hier eigentlich? Ich würde schon sagen von einer ziemlichen Hyperpop-Szene. Also dieses Album, diese Band, die lebt vor allem im Hyperpop, im weirden Pop, wenn man so möchte. Da geht es richtig, richtig wild zur Sache. Und irgendwie wollte jeder auch ein kleines Stück von diesem Hype-Kuchen haben. Brady ist mittlerweile eine sehr große Größe oder eine feste Größe in diesem Pulk an jungen und aufstrebenden und innovativen Hyperpop-Produzenten. Er hat unter anderem mit AJ Cook himself zusammengearbeitet, der wirklich so quasi das Nonplusultra aller Hyperpop-Produzenten ist. Er hat mit Charlie XCX zusammengearbeitet, er hat mit Rico Nasty zusammengearbeitet. Also das sind schon Größen, das sind schon wirkliche Institutionen, die sich darauf verlassen haben, eben von Dylan Brady auch einen Beat zu bekommen beispielsweise. Außerdem schrieb er an einem der größten Banger der 2010er Jahre mit, nämlich an Jailbreak the Tesla von Injury Reserve. Dieser Track ist immer noch absolut Chefkiss. Nur kein Stress haben sich die beiden wohl gedacht, als sie trotz Ankündigung dieses Album, 10.000 Gags, schon Anfang 2022 zu veröffentlichen, es dann auf Melz 2023 verschoben haben. Zehn Tracks sind dabei herausgekommen, eine knappe halbe Stunde dauert dieser wilde Ritt zwischen Hyperpop, zwischen Ska, zwischen New Metal, zwischen Rap-Rock, zwischen Electronic-Rock, zwischen Emo, zwischen Pop-Punk. Also es gibt extrem viel zu entdecken auf dieser Platte. Ich sage es jetzt einfach nochmal, dieses Album kann extrem viel Spaß machen, aber nur dann, wenn man sich diesen unerwarteten und teilweise sehr extrem waghalsigen Klängen auch ein bisschen öffnen kann. Ein kleines Hörabenteuer erwartet uns also. Das finde ich immer super. Hannover Krex ist eine Gruppe, die sich alles andere als ernst nimmt, die mit Grenzen spielt, die mit Absicht konträre Genres mischt. Und man hat irgendwie als Hörer dieses Gefühl, dass sie beiden sich wirklich hämisch freuen hinter diesen extrem überdimensionalen Verstärkern, wenn sie auf der Bühne stehen und einfach ins Publikum hineinglotzen und uns alle auslachen, weil eben irgendwas passiert, mit dem wir alle nicht rechnen. Es ist ein bisschen schelmisch und das finde ich extrem cool. Ich meine, wer schreibt denn eigentlich einen Song über einen Ska-Song, einen wirklich fröhlichen, fantastischen, netten Ska-Song über das grausame Erlebnis eines Zahnrisses, wenn einem ein Zahn gerissen wird. Wer I Got My Tooth Removed gehört hat, wird sämtliche Angst vorm Zahnarzt verlieren, wird sich eigentlich schon schunkelnd gerne auf den Zahnarztzessel begeben, zwischen diesen ganzen Schläuchen und Saugern sich hineinsetzen und sich denken, so schlimm kann es alles nicht sein. Wenn diese Prozedur so klingt wie dieser Song, dann ist alles sehr fröhlich, dann ist alles sehr happy. Laura beschreibt detailliert ihre Schmerzen, sowohl ihre physischen als auch ihre psychischen, beschwert sich beim Universum, dass sie trotz intensiver Zahnpflege jetzt einen Zahn gerissen werden wird oder verliert und das ist extrem bitter für sie. Außerdem will sie mit niemandem darüber sprechen, wohl auch aus Scham. Dieses Lied entwickelt sich extrem wunderbar, ganz was Schönes startet mit einer herzzerreißenden, fast dramatischen, zumindest aber sehr tragischen Stimmung, nur um dann komplett in diesen Happy-Mode zu wechseln, wo sogar noch ein paar Bläser dazukommen. Also das ist alles extrem konträr vom Text her und dann vom Sound, vom Aufbau, aber das ist eben 100 Gags, das ist extrem cool gemacht und das schreibt eigentlich auch nur eine Band wie diese. Dumbest Girl Alive, der Opener, startet mit dem THX-Thema, knallt uns ein derbes Riff um die Ohren und bleibt dann auf diesem Weg. Also da geht es straight einfach nur in die Fresse. Als Opener ist es ein bisschen trügerisch, weil wer diese Band noch nicht kennt, der könnte meinen, ja, hier läuft alles in extrem geordneten Bahnen ab, das Verquickte und Übliche von Gags wird hier ein bisschen im Hintergrund verborgen. Also das ist ein bisschen, ja, betrogen, was wir hier bekommen. Aber so richtig viel Freude habe ich dann gehabt mit Doritos und Fritos, mit seinem Chorgesang, mit diesen fein akzentuierten Gitarren. Das ist ein bisschen schrill, aber nicht zu schrill. Das hat einen supercoolen Groove mit dem Bass, dem zwischenzeitlichen Ska, der eingestreut wird und dann diesen vollkommen grandiosen Lyrics. Hollywood Baby, der nächste Song, der zeigt sich ganz übertrieben im positiven Sinn. Also das ist wirklich so eine Art Hymne mit ganz feinem Riff und ganz hohem Vertrauensbonus. Man wird sich sehr schnell zurechtfinden in diesen krächzenden Gitarren und wird zudem ein bisschen sehr stark an Sam 41 oder an Blink-182 erinnert werden. Noch einmal, das finde ich aber in dem Fall ziemlich begrüßenswert, weil es ist eigentlich ganz cool, wie sie diese ganzen Pop-Punk, dieses ganze Genre eigentlich und diese Bands, die alle in unserer Jugend einen gewissen Stellenwert gehabt haben, ein wenig persiflieren und dadurch eigentlich was ziemlich Lässiges draus machen. Weil in einem Song wie zum Beispiel Billy Knows Jamie, da erinnert die Band ganz stark an eine andere Gruppe aus den 90er Jahren und zwar an Limp Bizkit. Ja, das hätte man auch nicht unbedingt erwartet, das hätte man auch nicht unbedingt erwartet, dass 100 Gags etwas schreiben, wo man sich dann an Limp Bizkit erinnert gefühlt hat, aber so ist es eben passiert. Das ist eine wirkliche New Metal Rap Rock Nummer vom Allerfeinsten, wenn es sowas denn tatsächlich gibt. Ich glaube es immer noch nicht, aber nachdem ich ja letztes Jahr auch schon beispielsweise die Nova Twins rezensiert habe, nähern wir uns da immer einer gewissen Perfektion an und auch 100 Gags hat da richtig coole Sachen gemacht. Dieser Track lässt für mich gar keinen anderen Schluss zu, als möglichst wild mit dem Head zu bangen und auch tatsächlich ganz hoch zu springen, zumal die Lyrics auch hier wieder extrem cool sind, die sind perfekt in Szene gesetzt. Also jede einzelne Sekunde dieses Tracks ist so dermaßen übertrieben, da ist es auch nur logisch, dass am Ende nur noch das komplette Chaos herrscht. Da wird alles zerstört, der musikalische Zerfall wird hier zelebriert, es wird alles in Einzelteile wirklich zerlegt und Henry Gags spielt sich hier mit ganz vielen Klischee, sie verarschen so ziemlich alle früher mal angesagten Genres und das kommt eben dabei raus. Eigentlich machen sie alles viel besser, obwohl sie das wahrscheinlich gar nicht machen möchten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist undurchsichtig, was diese Band so von sich gibt und vorhat. Trotzdem gibt es auf diesem Album auch ein paar Momente, die sich ein wenig unausgegoren anfühlen. 757 beispielsweise, das beginnt sehr stark und sehr aufgeladen, sehr, sehr aufgeladen, schafft allerdings nie den Sprung zu einer richtig großen Weiterentwicklung, weil sie sich lieber in diesem Riff mehr oder weniger und in diesen Synthis extrem ausleben und da eigentlich nichts Neues wagen wollen. One Million Dollars muss sich einen ähnlichen Vorwurf gefallen lassen, finde ich, auch wenn man hier kurz die Synthis und die tiefen Riffs unterbricht und eine ganz kleine swinghafte Sequenz so einbaut. Und in Wahrheit zieht der Track aber ausschließlich auf Zerstörung ab. Also da geht es wirklich auch nur um komplettes Destroying, ohne den Anspruch auf einen echten Song zu haben. Also das ist mehr wirklich so ein, einfach so ein Krach für Zwischendurch. Ist nicht schlecht, aber ist eben auch nicht ganz so fertig gedacht, ist mir vorkommen. The most wanted person in the United States fällt dann mit diesem ganz großen Cartoon-Charakter auf. Da gibt es immer wieder so zwischenzeitliche Cartoon-Effekte oder Effekte, Musikeffekte, die man eben aus Cartoons kennt. Lässt sich auch gehörig Zeit dafür, bis da wirklich mal was passiert, holt aber auch eine weitere, sagen wir mal, Oralbefriedigungsline von einer sehr, sehr interessanten Art und Weise vor den Vorhang, die man so noch nicht gehört hat. Laura sagt, Queen of California, hot like the heat is, got Anthony Kiedis sucking my penis. Einen wirklich großen Stilbruch gibt es auf diesem Album dann tatsächlich auch und das ist mit Frogs on the Floor. Hier wird herumgehüpft und ein Frosch wird besungen. Ziemlich ulkig, allerdings auch untypisch ruhig, fast schon ein wenig langweilig. Langweilig unter Anführungszeichen für 100 Gags Niveau. Hier fällt die Tiefe meiner Meinung nach. Man ist geneigt dazu, den Song einfach als netten Pausenfüller zu deklarieren, was ziemlich bitter ist. Kann ein guilty pleasure sein, muss es aber nicht. Es fehlt mir irgendwie die Tiefe bei diesem Ding. Zum Schluss gibt es noch den Closer und der Closer ist Mi 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 und ganz ehrlich, so einen Track wird man ganz selten finden. Das ist alles, was das Hyperpop-Head-Herz begehrt, ist hier dabei. Da gibt es ein verspieltes Thema, da gibt es massive Stimmverzerrer, allgemein eine extreme Verschrobenheit, dazu extrem feines Pop-Punk-Riff und einen sagenhaften Aufbau mit unendlichem Orbenpotenzial. Da gibt es dann gewiffte Breaks und richtig fette Eskapaden. Es ist alles extrem cool gemacht. Ich finde auch extrem super, dass Laura es hier auch geschafft hat, ohne Autotune zu singen. Das ist für sie eine ganz große Sache. Man muss wissen, Laura ist Transgender. Das bedeutet, sie hat sich noch nicht so wirklich darüber hinaus gesehen, wirklich ihre Stimme ohne Stimmverzerrung und ohne Software zu präsentieren. Das macht sie auf diesem Track, finde ich extrem cool. Es ist ein simpler Track, der direkt in die Fresse geht. Er ist einfach Weltklasse, vor allem vor dem Hintergrund der Lyrics, die eigentlich keinen Interpretationsspielraum lassen. Ich liebe diesen Track. Es ist die perfekte Symbiose zwischen dem dargebotenen Sound und dem Text und einfach alles, was so da ist, fühlt sich sehr, ja, ich will das Wort eigentlich nicht sagen, aber es ist einfach extrem ulkig und extrem cool. Also ich liebe es einfach. Es ist ein super geiler Track, der schon im Jahr 2021 erschienen ist. 10.000 Gags ist ein wunderbar albernes Album von einer wunderbar albernen Band, 100 Gags, machen extrem aufregenden Sound, das haben wir schon gewusst. Sie haben das jetzt aber auch bestätigen können und das ist eine wirklich willkommene Tatsache. Das finde ich super cool. Wer es mag, wird es lieben, wer es nicht mag, sollte mal reinhören und dem einfach eine Chance geben. Ich bin dafür, dass wir einfach ein bisschen manche Dinge ausprobieren und das ist ein absolut super cooles Album, das überhaupt keine Grenzen kennt und in dem Fall stimmt es wirklich. 8,1 von 10 Punkten. Das war die Review zu 100 Gags, 10.000 Gags. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte likest das Video, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch mit Hyperpop so geht und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bei einer neuen Review hier auf Penread Music. Bis dahin, wünsche ich euch alles Gute und ciao.